Das ist der LifoBeat X600, ein Luftreiniger, der für jeden gemacht ist, der es im Kampf gegen den Hauchstaub so richtig ernst meint. Er befreit natürlich die Luft nicht nur von Staub, sondern auch von Pollen, Viren, Aerosolen und Gerüchen. Und ich habe den Reiniger jetzt circa einen Monat getestet und was er denn alles so kann und welche Eindrücke ich mit diesem Luftreiniger gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. An dieser Stelle aber noch ein obligatorischer Disclaimer. Ich habe den Luftreiniger von LifoBeat zum Testen gestellt bekommen. Mein Test wird aber trotzdem wie gewohnt kritisch sein und ich habe auch eine Liste bekommen an Punkten, die ich an dem Produkt bewerben soll und die werde ich mit euch einfach mal durchgehen und euch sagen, was denn zutrifft und was nicht. Bevor ich meine persönlichen Eindrücke zum Luftreiniger mit euch teile, komme ich erstmal dazu, was er denn überhaupt alles kann. Und die wichtigste Frage, die wir uns hierbei stellen müssen ist, was filtert der Luftreiniger eigentlich? Der Filter des Luftreinigers besteht aus drei Teilen. Zum ersten aus einem Vorfilter für grobe Partikel, aus einem HEPA H13 Filter für Partikel im Mikrometerbereich und außerdem aus einem Aktivkohlefilter, der Gerüche und Chemikalien filtern kann. Beispielsweise kann er also Haustäube, Pollen, Rauch, Viren und Gerüche filtern. Der Grund, wieso ich mich entschieden habe, speziell dieses Angebot zum Testen anzunehmen, ist die Besonderheit des Luftreinigers und zwar die Reinigungsleistung. Laut Herstellerangabe schafft es der Luftreiniger Räume mit bis zu 107 Quadratmeter Rauchfläche zu reinigen, was ja quasi irrewitzig viel ist im Vergleich zu meiner Studentenwohnung und wahrscheinlich auch im Vergleich zu vielen Wohnzimmern. Damit der Luftreiniger mit anderen Luftreinigern verglichen werden kann, gibt der Hersteller sogenannte CADR-Werte an. CADR steht hierbei für Clean Air Delivery Rate und ist ein Maß dafür, wieviel Kubikmeter Raum in einer gewissen Zeit von Partikeln einer speziellen Art gereinigt werden können. Also etwas konkreter, der Hersteller gibt an, dass er bei Rauchpartikeln einen CADR-Wert von 610 Kubikmeter pro Stunde erreicht. Das heißt im Wesentlichen, wenn der Luftreiniger auf voller Leistung läuft, dann kann man 610 Kubikmeter unter vorgegebenen Standardbedingungen an Rauchpartikeln damit reinigen. Ein weiterer CADR-Wert vom Luftreiniger ist der für Formaldehyte und hier sind es dann zum Beispiel 70 Kubikmeter pro Stunde. Wenn ihr verschiedene Luftreiniger miteinander vergleichen wollt hinsichtlich ihrer Reinigungsleistung, dann müsst ihr immer darauf achten, dass der CADR-Wert zu einem bestimmten Partikel gehört, also zu einer bestimmten Partikelart. Und wenn ein Hersteller nicht angibt, auf welchen Partikelart sich der CADR-Wert bezieht, ist diese Angabe in meinen Augen ziemlich sinnlos. Mithilfe einer Formel aus dem Internet, die Quelle verlinke ich euch unten, woher das kommt, habe ich jetzt auch mal die Raumfläche ausgerechnet, die man theoretisch an Rauchpartikeln mit dem Reiniger reinigen könnte. Und hierbei bin ich auf einen Wert von knapp 50 Quadratmeter gekommen. Wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel ja Pollen und Haustaub nochmal um ein Vielfaches größer sind, also so Größenordnung drei bis fünffach größer als Rauchpartikel, kann man davon ausgehen, dass die 100 Quadratmeter, die der Hersteller angibt, durchaus realistisch sein können. Der Filter, der diese Reinigungsleistungen ermöglicht, ist darauf ausgelegt, dass man ihn in 18 Monate verwenden kann. Wenn er dann aufgebraucht ist, gibt das Gerät Bescheid, dass er gewechselt gehört und ein Ersatzfilter kostet aktuell 50 Euro auf Amazon. Der LiFoBeat X600 ist mit einigen Funktionen und Features ausgestattet, die mein kleiner Philips Luftreiniger nicht hat. Zum einen hat der Luftreiniger, wie die allermeisten Luftreiniger, einen Automatikmodus, einen Modus für Höchstleistung und einen Nachtmodus. Beim Nachtmodus ist hier zu erwähnen, dass er dabei alle Anzeigen ausschaltet und darauf auf der niedrigsten Stufe bläst. Außerdem kann der Luftreiniger, anders als mein kleiner Philips Luftreiniger, auch die fünf Stufen manuell mit der Plus- und Minus-Taste auf dem Display verstellen. Weiterhin ist eine Kindersicherung vorhanden, die man auslösen kann, indem man mehrere Sekunden auf Lock drückt. Dann ist quasi das Display des Luftreinigers gesperrt und man kann außerdem auch das Licht, dass es ein Indikator dafür ist, wie gut oder schlecht die Luftqualität ist, an- und ausschalten über den Knopf, auf dem Light steht. Ganz witzig finde ich, dass der Luftreiniger eine Anzeige hat zur Partikelbelastung in der Luft. Die zeigt er nämlich in Mikrogramm pro Kubikmeter an. Und wenn ich jetzt denkt, hmm, und was bringt mir dieser Wert? Eigentlich nichts. Es ist so eine Referenz, dass man sieht, ob gerade viel Belastung in der Luft ist. Normalerweise ist es bei mir so zwischen 0 und 5 der Wert. Und wenn ich koche, zum Beispiel Bratwürste anbrate, dann kann es auch mal sein, dass der Wert auf 300 steigt. Und dann geht der Luftreiniger auch auf rot. Also er hat so ein Indikator-Lämpchen. Das kann grün, orange und rot werden. Und dann fängt er eben im Automatikmodus an, richtig zu blasen, um die Luft möglichst schnell wieder zu reinigen. Weiterhin finden wir mit dem Lieferumfang eine kleine Fernbedienung. Im Wesentlichen kann man da alles einstellen, was man auch an den Knöpfen einstellen kann. Und ich selber habe dafür keine Verwendung. Ich finde es allerdings ein bisschen schade, dass am Luftreiniger kein Ort vorgesehen ist, wo man auch die Fernbedienung im Zweifel verstauen kann, falls man sie nicht braucht. Denn so habe ich sie jetzt oben einfach immer auf dem Luftreiniger liegen, obwohl in der Anleitung auf den ersten Seiten steht, bitte legen Sie nichts auf den Luftreiniger. Aber was will man machen? Irgendwo muss ich sie hinlegen. Und zu guter Letzt hat der Luftreiniger auch noch eine App. Das ist die sogenannte Tuya App. Und im Wesentlichen kann man das gleiche machen wie mit der Fernbedienung. Man kann zusätzlich auch noch einen Timer stellen. Und die App zeigt einem genau den gleichen Wert an, den einem das Display anzeigt. In meinen Augen war die Einrichtung unnötig kompliziert und ich habe da länger gebraucht, als ich zugeben möchte. Und ich nutze die App auch überhaupt nicht. Also in meinen Augen ist es so ein Feature, da würde ich jetzt nicht unbedingt einen Aufpreis für zahlen. Also die hätte man sich auch irgendwo in meinen Augen sparen können. Mir hat es auch schon angezeigt, dass ich sie mit meiner Amazon Alexa koppeln kann. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bedarf gesehen. Und dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt jemand nutzt. Kommen wir nun zu meinen persönlichen Eindrücken vom LiFoBeat X600. Thema Reinigungswirkung. Also zunächst mal muss man sagen, dass der Luftreiniger für mein Zimmer total oversized ist. Und das merkt man. Ich muss den Luftreiniger eigentlich gar nicht die ganze Zeit anlassen, um ein sehr gutes Raumklima zu haben. Wie stark er reinigt, das merke ich vor allem dann, wenn ich in meiner Küche koche und irgendwas im Öl anbrate. Weil dann schlägt er im Automatikmodus an, geht ungefähr für so 10-15 Minuten auf Volllast und danach riecht man in meinem Zimmer nichts mehr vom angebratenen. Also im Vergleich ohne Luftreiniger rieche ich noch zwei Tage danach in meinem Zimmer, dass ich irgendwas angebraten habe, denn ich habe keine Dunstabzugshaube. Und mit meinem kleinen Philips Luftreiniger dauert es ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis mein Zimmer so ziemlich geruchsneutral ist. Das gleiche gilt auch dann, wenn ich dann zum Beispiel mein Bett ausschüttel und Co. Der Luftreiniger muss teilweise nicht mal die Drehzahl erhöhen vom Automatikmodus, sondern es reicht einfach, wenn er vor sich hindreht. Und die Luftreinigungswirkung von dem Reiniger ist auf jeden Fall top. Was auch einfach der Größe des Luftreinigers geschuldet ist. Thema Lautstärke. Das ist ein Thema, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also versteht mich nicht falsch, der Luftreiniger ist für das was er ist, ein riesen Teil, wirklich leise. Es ist so, im Schlafmodus lasse ich ihn auch ab und zu einfach mal über Nacht laufen, denn es ist wirklich ein leises Surren. Ich habe den Eindruck, mein kleiner Philips ist noch ein bisschen leiser, aber man muss auch sagen, dass der Groß einfach die sechsfache Menge an Luft durchschaufeln kann und das muss man berücksichtigen. Im Automatikmodus ist es ein bisschen anders, denn der Luftreiniger hat, wie schon gesagt, fünf Stufen und im Automatikmodus, wenn keine Pollenbelastung herrscht, ist er auf Stufe zwei von fünf. Und auf Stufe zwei von fünf ist er auf jeden Fall merklich hörbar. Und ich habe es dann eben so gemacht, dass wenn ich zum Beispiel lerne und einfach meine Ruhe haben möchte oder aber irgendein Hörbuch leise hören möchte, dass ich den Luftreiniger entweder ausschalte oder auf Stufe eins. Denn auf Stufe zwei ist er in meinen Augen einfach ein bisschen zu laut und ich verstehe nicht, wieso im Automatikmodus nicht auch auf Stufe eins gehen kann, weil nach meiner bisherigen Erfahrung geht er halt immer nur auf Stufe zwei bis Stufe fünf. Nur zu dem, was mich persönlich eigentlich mit am meisten interessiert und das sind die Energiekosten. Wie gesagt, das ist ein riesen Teil und der Hersteller gibt an, dass er maximal 50 Watt verbraucht. Aus dem Internet habe ich entnommen, dass er im Automatikmodus bei Stufe zwei ungefähr neun Watt verbraucht und ich habe auch noch mit so einer Steckdosenleiste, die grob messen kann, welche Leistung ein Gerät verbraucht, nachgemessen. Da komme ich bei Volllast tatsächlich auf 50 Watt, jedoch läuft er nahezu nie auf Volllast, größtenteils im Automatik- oder im Nachtmodus, also Stufe eins und zwei. Auf Stufe zwei habe ich sieben Watt gemessen. Das könnte natürlich etwas mehr werden, wenn der Filter von Zeit zu Zeit einfach immer mehr und mehr verstaubt, weil er dann die Luft nicht mehr so gut durch kann. Und im Nachtmodus bzw. auf Stufe eins braucht er circa vier Watt. Ich habe das mit neun Watt einfach mal durchgerechnet und komme da auf circa 26 Euro Stromverbrauch, wenn er das ganze Jahr läuft, um wieder davon ausgehen, dass wir einen Strompreis von 33 Cent pro Kilowattstunde haben. Die ganze Geschichte mit dem Luftreiniger hört sich doch bisher wirklich richtig gut an, oder? Naja, kommen wir mal zum Thema Preis. Und der Preis vom Lifo Beat X600 ist mit 390 Euro ganz schön happig. Also ich würde mir da als Privatperson zweimal überlegen, ob ich mir den wirklich kaufe. Aber um dem ganzen mal eine faire Chance zu geben, habe ich geschaut, was kostet denn die Konkurrenz? Konkurrent habe ich mal den Philips Series 4000i rausgesucht, der zumindest auf dem Papier ähnliche CADR-Werte aufweist. Also in dem Fall jetzt für Partikel weist er auch einfach 610 Kubikmeter pro Stunde auf. Jedoch gibt Philips an, dass der auch 158 Quadratmeter Raumluft reinigen kann. Doch wenn man sich ein bisschen genau mit dem CADR-Wert beschäftigt und mit der Fläche, die er reinigen kann, ist es halt schon sehr abhängig davon, welche Parameter man da gewählt hat. Und dementsprechend würde ich sagen, da der CADR-Wert gleich ist, dass sie eine ähnliche Reinigungsleistung aufweisen. Und der Philips Luftreiniger kostet 480 Euro. Also 90 Euro mehr als der von Lifo Beat. Und dementsprechend würde ich sagen, okay, der Preis vom Lifo Beat Luftreiniger ist definitiv in Ordnung. Aber für mich als Privatperson würde ich gar nicht dran denken, einen Luftreiniger für über 200 Euro zu kaufen, wenn ich ehrlich bin. Nun noch ein paar Kleinigkeiten, die mir am Luftreiniger aufgefallen sind. Beim Luftreiniger selbst ist kein Netzteil mitgeliefert, sondern nur ein Kabel. Das Kabel selber ist ein Kleingerätestecker. Das ist ein ganz übliches Kabel. Das steckt man einfach in eine Steckdose ein und dann in den Luftreiniger. Denn das Netzteil befindet sich dann schon im Luftreiniger selbst. Bei anderen Luftreinigern habe ich gesehen, dass direkt am Stecker auch das Netzteil ist, so dass dann eine niedrigere Spannung ins Gerät reinführt, auch und auch durch das Kabel geht, zum Gerät führt. Und ich persönlich bevorzuge diese Lösung. Jedoch würde ich da jetzt nicht eine allzu starke Gewichtung drauf geben. Und was mir am Luftreiniger wiederum sehr gut gefällt, ist, dass er zwei Griffe an der Seite hat, so dass man ihn auch einfach mal durch die Gegend tragen kann. Und bei einem Gerät von dieser Größenordnung ist es wirklich praktisch. So, schauen wir uns jetzt doch mal an, mit welchen Argumenten der Hersteller seinen Luftreiniger bewirbt. Zum einen wäre da der Filter, den er besonders hervorhebt. Also, ich kann jetzt generell nicht nachprüfen mit meinen Möglichkeiten, welche Filterleistungen der HEPA 13 Filter tatsächlich erzielt. Aber ich muss sagen, man merkt in meinem Zimmer ein spürbar besseres Raumklima. Und speziell wenn ich gekocht habe, ist halt die Reinigungsleistung von Gerüchen wahnsinnig gut. Und dementsprechend würde sich da jetzt einfach mal einen Haken dran setzen, so als subjektiven Eindruck. Weiterhin bewirbt der Hersteller, dass der Filter besonders langlebig ist. Und da kann man auch sagen, 18 Monate ist schon eine längere Lebensdauer. Also es gibt auch Hersteller, die sagen, ihre Filter halten ein halbes Jahr, dann soll man ihn tauschen. Und wenn man es halt so handhabt wie ich, dass man den einfach ab und zu mal absaugt oder mal abstreift, den ganzen Dreck vom Filter, da kann man den bestimmt auch länger als 18 Monate nutzen. Dann sagt der Hersteller außerdem, dass der Luftreiniger besonders leise ist. Und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie man jetzt leise beurteilt. Also ich finde, im Schlafmodus geht er vollkommen klar, beziehungsweise auf der niedrigsten Stufe. Er ist ein bisschen hörbarer, ich würde jetzt nicht von laut reden, als mein kleiner Philips Luftreiniger, den ich so im Alltag verwende. Und im Automatikmodus, da er halt als niedrigste Stufe da Stufe 2 annimmt, ist er definitiv hörbar. Aber man kann im Großen schon sagen, dass er definitiv deutlich lauter sein könnte, denn er ist wie gesagt riesig. Und dementsprechend würde ich sagen, ist schon in Ordnung, wenn man das so berücksichtigt. Außerdem behauptet der Hersteller, dass der Luftreiniger besonders energiesparend ist. Und mit meiner Messung kann ich zumindest sagen, dass er wirklich nicht viel Strom braucht. Also mal nur zum Vergleich, wenn man zwei LEDs mit vielleicht 4, 4,5 Watt einschraubt, dann brauchen die wahrscheinlich schon im Durchschnitt mehr als der Luftreiniger. Und das ist eigentlich schon eine ziemliche Ansage dafür, dass der Motor ständig diesen Radiallüfter dreht. Und zu guter Letzt sagt der Hersteller noch, dass der Sensor besonders empfindlich ist. Kann ich nicht beurteilen, denn ich weiß ja, ich habe ja überhaupt kein Verhältnis, wie viel Luftpartikel viel sind und wie gut er tatsächlich reagiert. Aber ich sprühe jetzt noch einfach mal in der Nähe vom Luftreiniger mit einem Deo und dann könnt ihr einfach mal selber sehen, wie schneller auf Deo in der Nähe des Luftreinigers anschlägt. Ich lasse das auch umgekürzt und mit einem Timestamp, den ich euch setze, könnt ihr einfach auch zum nächsten Kapitel springen, wenn euch das zu lange dauert. Soπόtei Fazit, in meinen Augen hat der Luftreiniger eine ganz spezielle Zielgruppe, das wären zum einen Leute, die dem Hausstaub wirklich den Kampf ansagen wollen und einen richtig leistungsstarken Luftreiniger haben wollen und zum anderen ist er dafür geeignet, um halt einfach Plätze zu reinigen von Pollen und Viren, die von mehreren Leuten besucht werden, wie jetzt zum Beispiel Büros oder auch Restaurants. In Klassenzimmern kann ich mir den Luftreiniger jetzt weniger vorstellen, denn ich kann mir schon vorstellen, dass die Reinigungsleistung ausreicht, um einen Großteil der Viren aufzunehmen. Jedoch um diese Reinigungsleistung zu erreichen, muss er eben auch mit sehr hoher Drehzahl drehen und wird dementsprechend laut, sodass ich mir vorstellen kann, wenn man ihn jetzt zum Beispiel in Schulen verwendet, dass man da lieber mehrere kleinere Luftreiniger verwendet, die auch nicht im Automatikmodus arbeiten, sondern bei einer fest eingestellten Leistung, sodass sie einfach aufgrund der Lautstärke den Unterricht nicht allzu sehr stören. Den Preis muss ich sagen, finde ich jetzt nach ein bisschen Recherche sogar angemessen oder sogar eher günstiger. Man muss halt immer gucken, mit was man ihn vergleicht und man muss ihn halt mit Geräten aus der gleichen Leistungsklasse vergleichen. Wenn ihr in der Zielgruppe seid, dann lasst mich wissen, ob dieses Video hilfreich für euch war, beziehungsweise könnt ihr mir auch gerne ein Like und ein Abo da lassen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!